Hey Ho und Willkommen zu Layers of Fear Ein schönes kleines Psycho-Horror-Spiel und ja, ich hoffe es gefällt euch so wie mir und wenn ja lasst ihn aber unten gleich da. Das wird er wohl nicht seine Frau darstellen Okay, ich bin gespannt was das letzte ist 2-Horror Es ist einfach mal von vornherein keine Tür. Warte was. Nein. Ich will gerade Sachen Äpfel besorgen ist vielleicht schlecht, aber hier sind welche. Rein zufällig. Ich bin gerade mit dem Schrauben. Ich bin gerade mit dem Schrauben. Ich bin gerade mit dem Schrauben. Schatz, ich habe Äpfel mitgebracht. Ich bin gerade mit dem Schrauben. das sieht etwas verbrannt aus das sieht etwas verbrannt aus Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also gehe ich dem ein bisschen aus dem Weg Sehr bunt Da hat jemand Farbe gekürzt Okay Okay Indoor send Ich glaube jetzt bräuchte ich die Kurbel Die habe ich aber nicht mehr Ah hier Ich glaube jetzt Ich glaube jetzt Was ist jetzt mit diesen Bildern Okay Okay Was ist das her? Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand In Asche solltest du ernten Kannst du überhaupt noch malen? Okay, das wird sich zeigen Ja, okay Bueno, okay, kinks Okay Vielen Dank. 3, 6, 3, 8, 5, 3. Ja. Das waren die Telefonnummern. Keine Ahnung mehr, wie die lauteten. 3, 6, 3, 8, 5, 3. 3, 6, 3, 8, 5, 3. Und 3, 5, 4. Ok. Das war hier schon mal. 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 Dann weiter. Das war hier schon mal. Das war schon mal. Das war hier schon mal. Das war hier schon mal. Okay. Das war hier schon mal. Das war schon mal. Das war schon mal. Okay. Okay. Das war schon mal. Das war schon mal. Das war schon mal. Okay. Das war schon mal. 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 Vielen Dank.